hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge raft hier auf daddelbeer tv so ich hole euch jetzt doch schon mal wieder dazu das problem ist halt wenn ich diese ganzen sachen die man hier machen kann immer raus schneide dann habe ich irgendwann nichts mehr was ich euch zeigen kann also machen wir jedoch ein bisschen was zusammen ich habe jetzt einen kleinen teil tatsächlich schon alleine gemacht bzw machen müssen weil ich hatte jetzt ein bisschen angst dass mein hühnchen stirbt mein hühnchen sei schon meine ziege und das problem ist ja das wollte ich eben nicht deswegen bin ich einmal in eine höhle gegangen die ich gefunden habe und habe da schon mal ein bisschen dreck rausgeholt ich habe extra noch ein bisschen dreck liegen lassen damit ihr das dann auch mal sehen können für die der spieler gar nicht kennen sollte es da tatsächlich noch jemanden geben wie das dann aussieht wenn man hier irgendwas schaufelt und ja für alle anderen ich habe eine wiese gebaut im ziegenstall die zeige ich euch gleich wenn wir wieder auf dem fluss sind damit unsere gute daddelziege was zu beißen hat so da vorne wäre ein lama und ein hühnchen habe ich auch schon entdeckt ist halt die frage was war davon haben wollen wollen wir davon überhaupt was haben weil ich glaube ich habe noch genug kugelfisch zeug um zwei kanister zu bauen das problem ist allerdings dass wir im moment immer noch platzmangel haben ich bin zwar mit aufwerten und so schon recht gut vorangeschritten aber immer noch nicht da wo ich hin will sagen wir es mal so hier geht es jetzt auch nicht weiter komme ich hier hoch bekommt man hoch sehr schön alter ist ja cool hier ist das so ein sprungbrett in den tümpel da unten ok das ist das hier scheinbar der weg nach oben perfekt was ich euch aber erst mal zeigen will ist die höhle die ist nämlich hier ein bisschen versteckt und hier war alles voll mit erde und hier hinten waren noch so pilze die habe ich schon auch im fluss und das mit der erde das sieht eben so aus der und dann schaufelt sondern kriegst einmal schmutz und dann ist da noch irgendein item darunter versteckt ob eine zweite insel habe ich ja schon so eine vorahnung wo wir unsere schöne kiste finden werden nachdem wir hier die dinger abgehackt haben ein bisschen wasser melone vorräte ordentlich auffüllen ich sehe schon unten ist auch wieder tonnenweise zeugs im wasser ich denke mal werden das so machen dass wir diese folge hier mit insel abfahren und ein bisschen bauen verarbeiten werden und dann werde ich gleich noch mal ein bisschen tauchen gehen vielleicht machen wir ein bisschen zusammen dann war ich noch ein bisschen alleine so dass ich gar genug mit teil rein bekommen um die aufwertung zu machen okay hier war jetzt doch nichts einzige was möglich wäre ist dass man über den wasserweg irgendwie reinkommt noch mal gucken bis hier noch so eine art höhleneingang gibt da hätte ich jetzt einen vermutet ist aber keiner ein bisschen seetang mit wenn man schon mal hier sind da hinten sind schon wieder fischschwärme ohne ende das heißt hier gibt es wahrscheinlich auch wieder kugelfischer vielleicht holen wir uns da noch ein paar von aber ich glaube im eingang hier ist irgendeiner versteckten höhle wird es wohl doch nicht geben gehen wir noch mal einmal rum gucken uns die andere seite noch mal an scheint auch nur ein wildschwein drauf zu sein auf der insel vogel habe ich keinen gesehen bis jetzt da hinten ist noch alles voll mit seetangen und so gucken wir gleich mal vorbei hier scheint es wieder so eine art händler zu geben ist der dann auf jeder größeren insel drauf weil würde ich mich jetzt nicht darüber beschweren gehen wir gleich hin jetzt will ich erst mal kurz hier weiter gucken dann müssen wir mal gucken wie wir diese müllwürfel auftreiben wie komme ich denn hier hoch hier da ist das huhn und hier geht es hoch dann gucken wir mal was hier oben schönes gibt und wegen es gibt keine wildschweine mehr gibt noch eins setzen uns gleich mit auseinander nach dem erst mal gucken was hier oben schönes gibt eine dicke kiste nehmen wir glatt ein paar beeren nehmen wir auch mit ein paar obstbäume kann ich dich auch dafür sorgen dass du hier unter stürmst geht das wohl aber ich kann mir ein paar feile im kopf jagen nehmen wir dich mal mit deine steaks habe ich nämlich alles schon auf dem grill glaube ich da hat er mich wieder erwischt und noch mal oder war noch mal anders mit dabei und noch eine bringende feine sehr schön zack wir sind schon wieder überladen oder was ich glaube palm sahen kriegen mal genug wo es fleisch will er haben kopf will er nicht haben wo es fleisch will er haben der rest kann da bleiben wo es ist perfekt sehr gut so dann haben wir den auch gemacht dann holen wir uns doch noch die paar bäumchen hier weg und schon wieder fliegt zeugs durch die gegend planken die planken dürfen auf gar keinen fall durch die gegend fliegen hier kommen sagen haben wir jetzt erstmal genug bin eh nicht so der große gemüse bauer wobei irgendwann werde ich es müssen wenn ich mein essen einigermaßen stabil haben will andererseits der hai ist ja auch relativ zügig gemacht und wir müssen ja so oder so immer mal irgendwo an land gehen wenn es festbedingt ist da gab es doch diese insel mit den bären zum beispiel ich denke mal da findet man immer irgendwas mir ist jetzt erstmal wichtig dass wir holz finden und zwar den ganzen popo voll ja sehr schön aber die putze fertig hier war so ein lama wird mich schon reizen da noch so ein paar tierchen auf die ausfluss mit drauf aber wir haben im moment noch keinen platz und eigentlich wollte ich bevor ich so ein riesen bauprojekt starte ja auch erstmal noch die storyline anschieben dass wir da in gang kommen weil wir müssen sowieso wir werden so viel strecke noch zurücklegen müssen da wird sich dann nachher so viel material finden dass wir ohne probleme das floß stück für stück ausbauen können auf unserer reise deswegen also ich glaube ich würde mich doch jetzt erstmal auf die grundkonstruktion beziehen gehen wir hier gerade noch schnell rüber herkommen wir gucken mal einmal ob das das gleiche ist hier oder ob das alles anders ist musik ist auf jeden fall die gleiche ja sieht alles gleich aus okay ich habe keine mühwürfel da also von daher kann ich da jetzt auch nichts weiter machen hier ist auch nichts versteckt irgendwie dann gehen wir mal einmal hier runter knüppeln die bäume schon weg jetzt fliegen die planken schon wieder rum oder was das hat geklappt so aber ich glaube das reicht dann holz dann gehen wir jetzt nach hause pennen wir und dann wird gebaut fleißig gebaut machen wir erstmal den ziegenstall ordentlich fertig beziehungsweise brauchen wir ja gar nicht der ist ja schon erstmal provisorisch fertig trinken das habe ich dabei weil wenn ich mir das so angucke ich glaube ich habe mittlerweile eine ganze kiste voll essen brauche ich mir also auch null stress machen eine zweite flasche wäre noch ganz schick wenn ich eine habe zum nachfüllen und eine zum mitnehmen so da sind wir und da ist die wiese nein ich habe nicht nachgefüllt das geht weg man muss auch mal glück haben im leben oder wie war das so hatte ich mit rechnen müssen dass der kommt so lasst mich jetzt erstmal gucken dass ich ein bisschen was loswerd essenstechnisch hammerplatz also dann nehme ich mir jetzt mal einmal den becher salzwasser einmal voll machen ziege muss gegossen werden das kriegen wir gleich hin ach so das war meine kiste für einen möglichen krempel nehme ich mir die blätter jetzt mal raus schmeißt den kram weg genau hier ist einmal so ein schmutzbrocken hatte ich dann erforscht nägel kümmer auf jeden fall gleich ein paar aufheben das haben wir hier unten müssen auch alles blätter und holz das war einmal einen vernünftigen überblick haben und daraus würde ich mir gerne noch ein paar nägel machen dann können wir nämlich schon den nächsten wieder aufwerten zack und zack dass er das immer darüber schieben muss naja ist auch egal so aufwertung wo waren wir da stecken geblieben die ecke hatte ich gemacht dann lasst mich doch jetzt einfach diese seite hier komplett fertig machen dann habe ich die schon mal aus dem sinn was sagt das wasser das sieht gut aus kümmere dich noch mal ein bisschen füllen ne also schmeißt du wasser rein dann wächst da was an gras und das kann er hier futtern das was ich noch ausprobieren will hier ist irgendwie so ein glas drunter die ganze zeit weiß nicht ob das dieses tragesymbol darstellen soll oder ob damit vielleicht dieses trinkglas gemeint ist was ich hier irgendwie freischalten konnte ob das machen wir mal dann gucken wir mal kann ich das basteln kostet ein glas habe ich ob ich da irgendwas mit anstellen kann mit dem ding sogar vier trinkgläser habe ich bekommen wäre jetzt auch zu lederhelm lederhelmen lederwester scheint so eine art rüstung zu sein auch schick und das habe ich doch alles schon gelernt ok gut dann ja keine ahnung eine schere perfekt um wolle zu schneiden das macht sinn den eimer zu melken alles klar planken ein seil herstellen wer lesen kann ist klar im vorteil kann ich dich denn jetzt auch melken man muss wahrscheinlich ein bisschen mehr futtern damit das funktioniert so und jetzt seht ihr habe ich hier nämlich das problem dass ich meinen nein jetzt habe ich das gesoffen immer das gleiche mit mir nochmal jetzt ist vorbei perfekt jetzt aber schluss also fangen wir jetzt mal mit vernünftigen dingen an zum einen würde ich ganz gerne hier einmal ein bisschen was futtern zack zack und zack drei von diesen wildschwein dingern und er ist glücklich schmeißen wir direkt drei neue drauf dann ist das erledigt dann haben wir das auch so dann würde ich gerne noch ein paar von diesen grünen gummidingern hier reinpacken so erplanken noch dazu damit ich vielleicht nochmal die schwimmflossen in angriff nehmen kann die waren hier ja fehlt noch einiges machen wir aber so also wenn da habe ich jetzt bis auf hier komplett fertig ich würde es jetzt erstmal komplett zu machen ohne tür ich habe ja nachher den bereich mit den netzen stoppt da habe ich jetzt einen fehler gemacht und zwar sollte da doch ein fenster rein dass ich auch schön rausgucken kann so und dann geht der spaß hier weiter mit den deckenelementen und dann ist schon ende mehr kriege ich jetzt nicht rein platziert jetzt die große frage was muss ich tun horizontale holz säule für mehr etagen dann brauche ich Nägel für okay so das heißt das müsste ich wenn ich das richtig machen will dann an diese wand hier setzen vielleicht Nägel brauche er noch oder sowas wie Nägel noch oder sowas wie Schrott noch sowohl als auch Nägel reichen jetzt auch okay da ging es warum darf ich die denn jetzt hier nicht dran setzen einfach vielleicht von oben besser ich muss so wir kriegen das alles hin ich will die etage hier soweit fertig kriegen damit ich endlich mal wieder mich bewegen kann hier er macht es einfach nicht ne da war es wieder die hitbox des jahrtausends hier habe ich den eindruck ach so da ist das problem die dinger sind wohl immer zwei lang gibt es da auch halbe von aber selbstverständlich gibt es die dafür fehlen mir Nägel und dann haben wir auch halbe so und dann müsste ich doch schon wieder in der lage sein zwei plankenlinien hier drauf zu machen sehr schön jetzt habe ich schon wieder kein holz habe ich holz irgendwo zwischen gelagert noch hier nicht hier auch nicht wie schnell dieses holz einfach verschwindet ne das ist unglaublich das schmeißen wir mal eben hier mit rein das holz was ich hier noch habe will ich rausnehmen kommt da rein und dann kommt das da rein jetzt gucken wir noch mal ob wir das schaf hier melken können das schaf komme ich jetzt nicht mehr hin oder was wegen dem dach ok leuchtet ein bin ich d'accord braucht frisches wasser pflanze wässern ahja so geht es ok ähm gut und jetzt könnten wir eigentlich schon mal gucken dass wir den ersten krempel nach oben verfrachten den wir hier unten nicht mehr brauchen ähm also wasser bleibt auf jeden fall erstmal hier unten essen brauchen wir hier unten aktuell nicht der forschungstisch der müsste eigentlich nach oben gehen können zack der müsste auch passen und was können wir noch nach oben packen das bett können wir nach oben packen so und jetzt muss ich einmal kurz gucken diese ganze reihe hier fast die ganze reihe ist geschützt das heißt ich würde dann da erstmal anfangen ach oh Haie essen so wir nehmen den jetzt mal diesmal komplett auseinander wobei nehmen wir nicht weil ich würde jetzt ähm gleich nach der folge nochmal tauchen wollen und dann habe ich da ein bisschen mehr zeit vier wobei ist egal dann mache ich ihn halt nochmal ja und wenn du ihn weg machst kriegst du halt diesen Haikopf und den kannst du dir dann über den Kopf ziehen als Helm genau wie den Wildschweigkopf und so dafür sind die im Prinzip gedacht diese ganzen Sachen hier ähm genau Bettforschungstisch wollte ich nach oben packen können wir ja gerade auch mal hier einmal Schnitzel tauschen das war ein bisschen was vorgekocht haben schon mal auf Vorrat wir haben so viel Essenskram das ist schon schon in Ordnung komme ich mit klar ähm jetzt wollte ich nach oben gehen ne und das war die verstärkte Seite das heißt ich würde jetzt hier auch erstmal das Bettchen hinstellen machen wir so und den Forschungstisch wenn es geht so dass ich da auch noch dran laufen kann so weil die dürften nicht runter krachen weil die sind jetzt hier verstärkt das sollte eigentlich passen so und das nächste was ich gerne oben hätte wäre halt die Ziege dafür muss ich aber erstmal mehr verstärken hier unten dafür brauche ich also wieder mehr Eisen das heißt ich muss auf jeden Fall noch eine Runde tauchen gehen ähm dafür hätte ich aber gerne die Flossen gucken wir mal also wir haben jetzt Seetang wir haben das ich brauche die Seile und Kunststoff ich glaube das kriege ich jetzt alles zusammen Kunststoff Seile achso der Seetang selber fehlt noch den hole ich mir jetzt hier raus da ist er und dann schmeißen wir mal ein bisschen Kupfer hier rein ähm herstellen jawoll jetzt haben wir Flossen ist das ratsam die Ematen zu behalten nutzen die dann ab laufe ich dann langsamer also schwimmen tue ich besser schneller habe ich den Eindruck ups ja ist auf jeden Fall eine ganze Ecke schneller unterwegs kann ich mir hier nochmal ein paar Planken einsammeln gefällt mir doch doch das ist in Ordnung so dann gehen wir jetzt einmal hoch ähm was muss ich dann noch erforschen eine Flasche muss ich noch erforschen hatte ich geguckt das heißt ich brauche nochmal vier von diesem Gummizeug warum schmelze ich jetzt Kupfer ein weiß auch keiner ne naja ist wie es ist ähm ne die Planken behalten wir die brauchen wir noch dann machen wir das so gucken wir nochmal darf ich dich jetzt melken ne ich muss das hat geklappt ich darf dich nicht melken ok so nochmal Kupfer barren nochmal was trinken na und hier ist wieder das Problem ich muss das Ding jedes Mal manuell auffüllen kann ich den Wassereimer auffüllen ne 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 der ist nur zum Melken gedacht ok so also wir haben keine Planken mehr das ist schon mal doof aber es gibt Leitern was brauche ich denn dafür stabile Holzleiter eine normale Holzleiter reicht mir fehlen mir zwei Bretter kommt die holen wir uns die schwimmen hier garantiert irgendwo boah ist der schon wieder da ok egal holen wir grad die zwei Brettchen und dann kriegt er einen Piks und dann bin ich auch schon weg hopp ähm die Leiter wollten wir bauen und zwar würde ich geht das dass ich die hier dran setz müsste eigentlich ne wegen der Kiste geht es wahrscheinlich nicht packst du jetzt erstmal kurz dahin dass ich hier vernünftig hochkomme so und dann werde ich hier wenn ich die Kisten anfange nach oben zu räumen und so dann bauen wir das auch wieder um gut so das haben wir soweit hier haben wir jetzt keine Planken drin mal hier noch welche in Reichweite wo ich eben noch hindüseln könnte da hinten ist bestimmt irgendwo was Dings haben wir jetzt komplett weggearbeitet da ist nichts mehr übrig geblieben ich muss den Hai eh gleich machen also ist das jetzt nicht so schlimm wenn wir den noch zwei dreimal anpiksen ach das ist Plastik da vorne sind die Planken eine noch eine alles Kunststoff hier ich will eigentlich nur Holzplanken haben ja also wie ihr seht man muss nicht zwangsläufig mit dem Floß am Start sein wichtig ist dass man die Sachen einsammelt und den Hai nicht aus den Augen verlässt da ist er ja der wird mir jetzt hier die ganze Zeit auf dem Sphären gehen da kommt er glaube ich da ist er so da kommt er wieder so jetzt das ziel nicht aus den Augen verlieren ich bin schon ultra weit weg geschwommen das wäre übrigens natürliches Hai verhalten ne so von unten hoch schwimmen na komm wo 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 muss er hin da sehr cool gut ah Mist ich wollte gerade sagen einmal kriege ich noch bestimmt noch ok perfekt so dann lassen wir das jetzt erstmal so dann ich dachte gerade ich hätte noch was anderes gesehen aber ist nicht einmal gießen hier die Butze aber wenn das Tierchen hier nur Futtert und nichts bringt ne dann weiß ich nicht ob ich das noch lange behalten will ist ja voll doof könnt ihr mal in die Kombi schreiben wenn ihr wisst wie das funktioniert dass ich da an Milch rankomme wenn das Viech überhaupt Milch gibt das sind ja so die die offenen Fragen die da im Raum stehen wie das funktioniert wäre cool wenn ihr mir auf jeden Fall Bescheid sagen würdet gut dann würde ich erstmal an der Stelle sagen vielen lieben Dank fürs zuschauen würde mich sehr freuen wenn ihr mir ein Abo und ein Like da lassen würdet ich werde jetzt nochmal ein bisschen tauchen gehen und Metalle und so weiter holen und dann hole ich euch wieder dazu sobald wir uns ähm wieder in den Abfallstrom oder in den 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 normalen Kreislauf des Spiels bewegen und werden dann ähm ja während wir fahren das Floß ausbauen noch ein paar Materialien einsammeln ich bin so doof ähm noch ein paar Materialien einsammeln und ähm ja dann das Floß halt ausbauen und sobald wir die obere Etage hier soweit fertig haben kommen die ersten Sachen nach oben und dann fangen wir an uns um Antennen und Sendemasten und diesen ganzen Kram zu kümmern dass wir die Funkstation ansteuern können also in diesem Sinne macht's gut bis dahin Tschüss